Das Raumschiff, die Urmonster vor dem Raumschiff, das Verstecken vor der Maskenpflicht, die ganzen Touristenströme auf dem Raumschiff, die ganzen gefundenen Preziosen, die überall verstreuten Schachteln, die nicht aufgeräumt werden. Die Teambesprechung der Kapitän. Nein, das Schiff steuert sich selbst, es wird nicht überwacht. Ein Mensch könnte gar nicht so schnell reagieren, den Kurs, die Überwachung zu ändern. Jede Gefahr wird vom Geschiff erkannt. Rechtzeitig der Safe, wer dazu Zugang hat. Jetzt leider wieder jeder. Nein, das muss geändert werden, nur der Käpt'n und der erste Offizier. Und die anderen bekommen einen zweiten Safe und lernen Buchführung. Eben das Ganze endet mit dem Selbststeuerungsmodus beim Abheben des Schiffes. Und das Monstrum Westes in Ruhe.